Die Bauchspeicheldrüse hat richtig viel zu tun. Am meisten ist sie dafür bekannt, dass sie Insulin herstellt, was die Aufgabe hat, den Blutzucker möglichst innerhalb eines bestimmten Bereichs zu halten. Hier haben wir schon mal das erste Problem. Der Mensch hat sich in Millionen Jahren Evolution entwickelt. Die Hauptursache für schnell und sehr viel Blutzucker, nämlich Weißmehl und vor allem Zucker, gibt es in diesen unglaublichen Mengen erst seit wenigen Jahrzehnten. Die Bauchspeicheldrüse ist deshalb oft völlig überfordert. Sie kann sich entzünden, auch weil durch die mit dem Zucker und Mehl oft verbundene hohe Kalorienzufuhr für Bauchfett, hohe Blutfett und Zuckerwerte, hohen Blutdruck in Summe das sogenannte metabolische Syndrom führen kann. Und das sorgt für weitere Bauchspeicheldrüsenentzündungsrisiken. Mehr dazu und was du dagegen tun kannst, das erfährst du jetzt. Mal ganz kurz dazu, was die Bauchspeicheldrüse für Aufgaben hat. Denn neben der Blutzuckerregulation produziert sie Enzyme, die in den Dünndarm abgegeben werden, um die Verdauung von Nahrungsmitteln zu unterstützen. Diese Enzyme helfen bei der Aufspaltung von Proteinen, Kohlenhydraten und von Fetten, damit sie vom Körper überhaupt erst aufgenommen werden können. Sie stellt auch Bikarbonat her. Das ist eine basische Substanz, die in den Dünndarm abgegeben wird, um die saure Magensäure zu neutralisieren. Genau das schafft ein geeignetes Verdauungsumfeld für genau diese auch von der Bauchspeicheldrüse produzierten Verdauungsenzyme. Interessant ist auch, die dort hergestellten Verdauungsenzyme würden ja auch die Bauchspeicheldrüse selbst verdauen. Davor schützt sie sich, indem sie die Enzyme inaktiviert speichert, die erst beim Abgeben in den Dünndarm aktiviert werden. Wie du erkennst, ist die Bauchspeicheldrüse maßgeblich in der Verdauung und Regulation der Nährstoffversorgung involviert. Deshalb kann es richtig problematisch werden, wenn die angeschlagen ist. Eine kranke Bauchspeicheldrüse kann verschiedene Symptome verursachen. Wichtig zu wissen, genau die können je nach Art und Schwere der Erkrankung natürlich auch variieren. Hier sind einige häufige Anzeichen und Symptome, die auf eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse hinweisen können. Bauchschmerzen. Oft treten starke, anhaltende Schmerzen im Oberbauch oder im oberen Rücken auf. Diese Schmerzen können stechend oder auch dumpf sein und können sich nach dem Essen verschlimmern. Klar, weil die Bauchspeicheldrüse dann beginnt eben, diese Verdauungsenzyme zu produzieren. Dann zweitens Verdauungsprobleme. Probleme mit der Verdauung können dann auftreten, wenn die Drüse eben die Verdauungsenzyme aufgrund einer Entzündung nicht mehr ausreichend herstellt. Das kann zu Durchfall, Fettstuhl, Übelkeit und zu plötzlichem Gewichtsverlust führen. Diabetes Typ 2 kann entstehen, wenn die Bauchspeicheldrüse einfach nicht mehr kann, wenn sie völlig überfordert ist mit der Herstellung von diesem Insulin. Ein vor allem plötzlich auftretender Diabetes ohne familiäre Vorgeschichte, das kann auch ein Anzeichen für eine Störung der Bauchspeicheldrüse-Gesundheit sein. Färben sich Haut und Augen gelb und können die Gallengänge durch die entzündete Bauchspeicheldrüse möglicherweise eingeschränkt sein. Auch ein kritisches Zeichen. Kommt es häufiger nach dem Essen zur Übelkeit und vielleicht sogar bis hin zum Erbrechen, dann unbedingt auch an die Bauchspeicheldrüse denken. Das gilt auch, wenn es ohne Änderung des Ess- und Bewegungsverhaltens zu einer deutlichen Gewichtsreduktion kommt. Wichtig, eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse ist unbedingt ernst zu nehmen. Das ist nicht wie ein Schnupfen, den man einfach mal aussitzen kann. Daher unbedingt einen Facharzt aufsuchen, wenn der Verdacht auf eine Erkrankung bestehen sollte. Was hält sie also gesund? Naja, fangen wir mal mit dem größten und wichtigsten Brocken an. Eine weitestgehend gesunde Ernährung. Um hohe Blutzuckerspitzen zu vermeiden, sollte natürlich der Zucker- und auch der Weißmehlanteil deutlich reduziert werden. Das ist natürlich total banal, aber eben die wichtigste Maßnahme überhaupt. Dann auf der anderen Seite mehr Gemüse, mehr Proteine, also Eiweiß. Dann Vollkornprodukte, Ballaststoffe, die ja auch wieder im Gemüse und in Vollkornprodukten drinstecken. Und auch gesunde Fette wie zum Beispiel Olivenöl. Das alles hilft der Bauchspeicheldrüse. Zu viel und regelmäßiger Alkoholkonsum kann die Bauchspeicheldrüse reizen. Genauso wie Nikotin. Denn falls dein Schnitzelfriedhof ein klein bisschen zu groß geworden ist, dann bedenke bitte folgendes. Zu viel, vor allem inneres Bauchfett, sorgt für eine ständig entzündliche Lage, weil diese Art von Fett wie eine große Hormondrüse wirkt, die genau diese Entzündungsprozesse befeuert. Das ist dann natürlich auf Dauer auch ganz schlecht für unsere andere Hormondrüse, eben die Bauchspeicheldrüse. Das ist also noch ein Grund mehr, endlich das Gewichtsthema anzupacken. Und was die Getränke angeht, vor allem Zuckergetränke. Auch Säfte sind nicht für eine Bauchspeicheldrüse gesunde Ernährung geeignet. Wenn du da regelmäßig zulangst, das wäre der erstmal wichtigste Ansatz. Weg damit. Dafür mehr? Jo, langweilig. Wasser- und Kräutertees natürlich ohne Zucker. Bitterstoffe in Lebensmitteln sind wichtig für eine gesunde Bauchspeicheldrüse. Sie regen auch die Darmtätigkeit an, was die Bauchspeicheldrüse dann wieder indirekt unterstützt. Das hilft eben bei der Verdauung. Natürliche Bitterstoffe liefern beispielsweise Rucola, Ginacol und Artischocke. Als Gewürz unter anderem Lorbeer, Anis und Fenchel, Kamille und Liebstöckel. Oder du nimmst ein hochwertiges Bitterstoffpräparat, eines ohne Alkoholbitte. Hattest du schon mal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung? Was hast du dagegen getan? Hast du noch einen weiteren Tipp? Schreibe ihn doch bitte in die Kommentare. Danke dir. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.